Ringen wir los! Ringen wir los! Untertitelung des ZDF, 2020 Dagegen fahrt euch ihre Panzer rum. Der hat sie nicht mal angekratzt, ich seh sie nicht mehr. Die Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Dagegen fahrt euch ihre Panzer rum. Die Kette wurde getroffen, sie haben uns eine Kette abgeschossen. Dagegen fahrt euch ihre Panzer rum. 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 Los geht's! Dagegen fahrt euch ihre Panzer rum. Das war's. Da ging voll durch Ihre Panzer rum. Kette beschädigt. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's! Wirkungsstreffer! Gebenerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Errischt! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Kette wurde getroffen! Jeden Moment reißen! Ziel erfasst! Wir sind bewegungsunfähig. Wir haben die Kette repariert. Weiter geht's! Wo sind sie hin? Pferdungsstreffer an Feuer erlaubt, es erteilt! Ziel verloren! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Kette auch nicht! Wir haben eine Kette. Der Maschle ist in der Kette. Wir sind nicht angekommen. Wir machen uns. Da ist es nicht angekommen. Wir brauchen die Kette. Wir brauchen die Kette. Wir brauchen die Kette. Aber die Kette ist nicht angekommen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020